es geht los also es geht nicht los aber es geht los ein bisschen hier Eisenbahner Kontrolle ein bisschen Ausrüstung fahren mittlerweile Lichtlevel 263 ich sag ja nur bald kommt der Raid mein ich weiß schon wenn ich überhaupt mal einen Dämmerungsstripe machen könnte die letzten drei Male bin ich rein und da war dann war ich alleine von daher nicht so geil aber aber ist ja auch egal denn deswegen habe ich jetzt hier mir schon mal ein bisschen Ausrüstung zusammengefarmt nice Sachen auf jeden Fall nice Sachen und dann komme ich auch ein bisschen besser in den Strikes und so klar und dann sollte das schon gehen denke ich mal ich muss jetzt nur noch eine blöde Aufgabe erfüllen glaube ich damit ich auch diese Meilenstein da wegkriege und dann schauen wir mal was läuft schauen wir mal was läuft ja es läuft sehr gemischt sag ich mal manchmal bin ich von oben und meistens nicht aber manchmal manchmal kann es ein Wunder geben deswegen warten wir jetzt bis wir endlich drin sind und dann schauen wir mal was passiert und dann schauen wir mal was abgeht das bin ich cool man dann schauen wir mal was abgeht ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum sind alle dahinter ich laufe mal da lang ich sollte mich nicht von meinem Team trennen aber geht die Party ab das war wohl meiner der stirbt doch der muss jetzt sterben der müsste doch sterben mann natürlich ah das ist doch schon wieder das ist doch schon wieder alles scheiße das fängt schon wieder richtig scheiße an ja das fängt echt mega gut an Headshots 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 oh ja was so ich das liebe was läuft denn bei uns die anderen sind mal wieder doppelt so gut wenn nicht sogar dreifach ich nehme mal A ein ich bin mal so frei du hilfst mir da ist Ammo der will sie auch ich nehme sie Power Money jetzt schauen wir mal was abgeht ich brauche Doppelkills ich brauche Doppelkills ich brauche Doppelkills für meine komische Aufgabe oh mein Gott gut ich war es nicht also oh mein ja was was soll man da noch sagen was soll man da noch sagen wo sind sie wo sind sie wo sind sie meine okay wo bin ich äh B wird B eingenommen ich komme mit da kommt gleich einer du bist vielleicht ein Arschloch ja genau so gewinnst du die Oberhand ja echt oh man ist es dasselbe ey das ist meins es tut mir echt leid dass ich jetzt hier campen muss ich brauche die Doppelkills ey es war ziemlich scheiße wieso lebt der noch mann ich habe ihn immer anders erwischt ok auch gut, auch gut. Wow, das... Oha. Wow. Das hätte echt böse ausgehen können. Keine Ahnung, ich hab hier gleich B. Oder A. Kommt einer, kommt einer. Komm ruhig, Junge, komm. Oh Gott. Drei auf einmal? Ja, das ist doch... Wo sind meine Leutchen? Wo sind meine Leutchen? Wo sind meine Guys, meine People? Oh, ich hab einen, super. Oh, fuck. Aha. Äh. Manchmal hat man mehr Glück als Verstand, wirklich. Manchmal wirklich mehr Glück. Es ist aber trotzdem einiges hinten, das Problem. Wo ist der Typ? Der kommt gleich, wo ist der Typ? Jawohl, ich hab's geschafft! Jawohl! Hätte ich jetzt nicht von mir selber gedacht. Ich hab den ganz genau gesehen, ey. Keiner kommt. Boah, ich bin der Beste, ey. Kontrolle. Oh ja, das könnte, das könnte episch werden. Deine Waffen definieren dich. Oh, ich hab ne fette Wumme. Die hat zwar noch nichts getroffen, der aber. Was soll's? Boom. 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 Oh man, wie kann ich noch am Leben sein? Oh mein Gott. Ich bin episch der Krieger. Der epische Krieger und es wird sogar aufgenommen. Bitte! Triple! Drei! Ja! Oh mein Gott, Alter. Mach ich's ganz alleine einfach. Ich mach's ganz alleine einfach. Verdammt nochmal, du. Sollen sie kommen. Ich bin der Babo. Da kommt der. Raus hier! Totale Kontrolle. Wow! Wo ist der Typ? Bäm, Alter. Lad mal nach, Mann. Ja, wir schaffen's nicht. Das wird zu knapp. Das ist das Problem. Da! Wir schaffen's nicht. Das wird echt knapp, obwohl ich so abgerotzt hab, ey. So mega. Oh ja, und die knallen natürlich dann gleich so Triple-Kill rein, ey. Oh, Play-Scheiß-Dreck. Ja, das könnte knapp werden, leider. Wie dumm! Ja, da war ich nicht. Alter. Ja, okay. Übertreibt doch nicht gleich, Mann. Ich hab noch einen Doppel-Kill reingehauen. Noch mal einen Doppel-Kill reingeschneckert, Alter. Unglaublich, wirklich. Oh ja. 2,13, effizient. Klickt man nicht schlecht. Sag ja nix. Ich sag ja nix, du. Ah, fuck, ich wo... Ah, Moment. So, dich muss da raus. Ich wollte ganz kurz hier zum Reisenden mein Dings abgeben. Ja. Eisenmanner-Pakete, was ist das? Keine Ahnung, wie man das kriegt, aber auf jeden Fall müssen wir da hin. Da, 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 da. I got money on my side. Oh my God. Bring's in my side. That was ne gute Runde. Kann man nix sagen, oder? Also ich würde sagen, man kann da nix sagen. Wenn das mal lädt, dann geben wir unser Zeug ab. So, wir sind gelandet. So, Everversum schießt direkt hier. Haben wir wieder einen Glanzengraben bekommen, wahrscheinlich, ja. Willkommen beim Everversum. Hallo. Eins ja. Yo. Okay. Das will nicht sein. Das klingt so irgendwie Warlock-mäßig, ne? Ich will nichts sagen. Ähm, die Knorre hier, die ist ja nicht zu wirklich. Kann man das jetzt mit der aufpowern? Nein. Ist da nichts Neues? Wo ist sie? Da. Jetzt will ich zu lösen. Oh. Was habe ich denn jetzt gerade drin? Was habe ich denn für Waffe? Das ist doch Akkus oder was ist das? Ja, ich nehme das hier. Einfach, weil ich jetzt ja an Iron Bannon bin. Ah, stopp! Nach oben. Da, da, da. Was heißt für mich, Digga? Gut. Die eisernen Lons werden erfreut. Danke. 15 Tokens. Hör mir auf, alter. Woah. Da sag ich nicht nein, du. Nochmal. Boah. 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 Geht schlecht auf jeden Fall. Ich meine, ich das ein Drache? Ah, also die kann ich jetzt direkt mal wegmachen. Das ist mir alles zu blöd hier. Maschinenpisode 265. Die Last des Helden Freirater. Okay, aber ich glaube die Baller zu schnell. Aber egal, gucken wir mal. Das sind 269, 265, 265. Hä? Das ist auch nicht wirklich mein Ding hier. Das ist auch nicht wirklich mein Ding hier. Leider nicht, ja. Und was haben wir hier? 265, schwere Warlockrüstung. Exotusabschutzung. Ich nehme mal die. Ich bin ja gleich stark. Ja, soll ich das jetzt verstoßen hier? Warte ich mal. Aber ich habe die Banner bekommen, oder? Hmhm. Alles kommt zusammen, oder nicht? Vielleicht sehen euch das auch. Nein, ich will lieber mein Old Scoot Schiff hier wieder. Wenn die Monarchie hier das sagen hätte, gäbe es nicht so viele blöde Stromausfälle. Aha. Ne, ähm, gibt es eine coole, habe ich eine coole, neue... Wow, nehme ich doch. Okay, gehen wir wieder in den Ding rein. Was Neues bekommen? Nein. Aha, das sind die Pakete, die ich sammeln muss, okay. Ja, aber soll ich jetzt mal, äh... Sollen wir mal so einen Strike probieren? Probieren wir mal noch so einen... Einmal probiere ich mal zwischendurch so einen Strike. Einfach nur vielleicht... Oder nicht. Vielleicht sehen euch das auch. Guide-Spiel. Was ist das? Was ist ein Guide-Spiel? Probieren wir es einfach mal. Modus wählen. Ah! Cool. Was, aber was ist jetzt das Problem? Ich gehe mal ganz kurz hier da raus, aus meiner Party, falls man da den Chat braucht. Die ist Party verlassen. Stand ändert sich ständig. Nehm dir nicht zu viel Zeit. Verdammt laut. Bin ich jetzt schon drin, oder nicht? Aha, okay, ja, ich verstehe schon. Jetzt kann man jemanden finden, der sich so ein bisschen auskennt und der führt einen da durch. Ja, wie lange dauert es jetzt? Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Ja, gut, jetzt soll ich, jetzt müssen wir kurz warten. Ich will das nur ausprobieren. Machen wir jetzt so ein kurzes Poeschen, wisst ihr, was ich meine? Ich will das nur ausprobieren. Hm, hoffentlich geht das. Hm, macht das überhaupt jemand? Das ist die Frage natürlich wieder, ne? Da warten wir ein bisschen. Wenn man in der Zeit was anderes machen könnte, aber das geht ja auch nicht. Ich denke, ich muss... Ich denke, ich muss... Ich denke, ich würde aber nicht die Frage, ich bitte nicht. Da standen 17 Minuten oder sowas. Es lohnt sich, das abzunehmen zu lassen. Oh Mann, wenn ich jetzt rausgehe, ist das Blöde. Ah, scheiß drauf. Ich gehe in eine normale, oder? Oder war noch ein bisschen Schmelztiegel? Ja, komm, das dauert mir erst so lang, ja. 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 Es geht schon los. Das ist schon wieder was anderes. Was ist das? Ich nehme dann vielleicht die scharfen Nudeln mit Pepperoon. Jetzt gehts ab. Mal schauen ob wir wieder so rocken wie gerade eben. Neusenbanner Kontrolle. Neusenbanner Kontrolle. Ah, geht los. Haben wir irgendwas cooles Neues? Eigentlich eine Waffe? Ne. Nichts besonders, oder? Mann, ich bin so aus dem Tod. Ich weiß, dass ich jetzt schon gleich tot bin. Ja, Mann, danke für das Hilfeteam. Egal. Sollte mir egal sein. Ah, hier oben. Wo sind sie? Die wollen B einnehmen, sicher. Oh, ich bin auch so dumm. Warum laufe ich da rein? Alter, was war'n das? Der Gegner hat ein Powerplay. Okay. Das fängt schon wieder mega scheiße an. Aber ich sag' ja nix. Das Eisenbanner kennt mir einfach mega auf den Sack immer. Mal. Dann nehm' ich das hier ganz einzeln und alleine einfach ein. Und dann passt die Sache. Du hast Zone C erobert. Du hast Zone C erobert. Das ist meins. Ja, nimm's doch, du Geier. Nehmen wir B auch ein. Sind die Feinde noch da? Oh fuck, jetzt kommt er mit Raketenwerfern. Nice, Mann. Schieß doch. Deswegen war' ich jetzt hier raus. Wer ist denn tot? Bam. Wer wartet, gewinnt? Oh, scheiße. Geliebt. Ha, ha, ha. Okay. Ah, die sind schon wieder doppelt so weit wie wir. Die haben doppelt so viele Punkte wie wir wieder. Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das jetzt schaffen? Hol'n wir uns C. Die hol'n sich E A, also können wir uns ganz nur du C holen. Ah, Mann. Vielleicht hol'n wir später noch auf. Aber nur, wenn ich wieder so'ne Ultra-Aktion bringe. Komm, wo sind sie? Mann, ich mach das Ingo und sonst das Ding, ey. Oh. Habe ich dich genutzt? Oh Mann, das wollte ich jetzt eigentlich noch einsammeln. Aber okay. Der wurde genutzt. Der wurde genutzt. Aber von wem? Der hat einen Raketenwerfer, glaub' ich. Ja, bin down. Das war nicht so gut. Den krieg' ich. Hab' ihn. Hab' ihn. Verdammt nochmal. Da kommt er. Kommt er oben oder unten? Ah mein Gott, ich treff' nix, aber die treffe auch nix. Und was passiert am Ende? Ich hab' dich verdient. Stormcaller, Stormcaller. Wo ist der Typ bin? Ich wette, er kommt hier und killt mich. Ist er runtergesprungen? Ist er wirklich runtergesprungen, vielleicht? Nein, der ist da hinten. Oder? Zone B verloren. Oh. Ja, Mann. Ich glaube, er hat sich selbst getötet, aber okay. Sind doch mal 1 AC ein. Die sind so faul, die... Noch 3 Minuten. Sie passen sich deinen Aktionen an. Zwei erledigt. Du hast Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Ja, wir kommen langsam voran. Am Anfang losen wir immer. Und jetzt? Habe ich ihn erwischt? Ja, Mann. Nicht so schnell, Sportfreund. Immerhin erwischt, hab's doch erwischt. Deine Führung wird immer klarer. Naja, ein Punkt führen wir. Wir sind... Oh, okay. Ich komme mit. Das mag sein. Du hast Zone A erobert. Nein! Ah, Mist! Den wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Den wollte ich jetzt wirklich nicht machen. Oh mein Gott, warum springe ich runter? Und er ist tot. Das war wohl nichts mit deinem Schild. Jo, wie geht denn der ab? Was ist das für eine Waffe? Das ist die Smeider-Mutitool. Kommt der? Die Dumm wieder mal von mir. Aber sonst okay. Wo ist denn der Typ? Ah, scheiße! Wow! Soll ich keinen Planen, wie das funktioniert hat. Power-Munition habe ich. Waffen definieren dich. Ich knall jetzt irgendeinen weg. Zum Beispiel den. Eroberung läuft. Noch 30 Sekunden. Ja, es ist knapp, aber es kann. Du hast den Zonen-Vorteil. Komm schon. Du wirst einen ausgezeichneten Speer abgeben. Warum? Ich laufe hier mit der Dings rum, ey. Ich habe mich erwischt. Der Zonen kann euch nichts aufhalten. Waaaah, ich hab' mir wieder mal. Ein klarer Sieg. Nice. Ich hab einen eisernen Fokus. Wirklich eisern. Wenn du mal suchst, schau' ich, was ich hier bekommen habe. Das Scout-Gewehr. Ja, das halten wir mal auf für später. Ja, komm, das mach ich weg. 2,65. Oh Gott. Noch ein paar von diesen Dingern. Ach so, nur im Schmelztiegel. Was hab ich für was für das? Akkus, ja. Dann nehm ich das mal. Ob das was bringt, keine Ahnung. 8 von 8. Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Komm schon. Okay, Todescliffs. Eisenbanner Kontrolle. Eisbanner Kontrolle. Sorry, es geht los. Ah, ich wusste es. Einer muss ja. Einer muss ja. Okay. Okay. Oh, okay. Ich glaub, den hab ich. Oh, fuck. Du bist hoher. Du hast den Zonenvorteil. Ich muss abhauen. Genau so gewinnst du die Oberhand. Zone A verloren. Komm doch, komm doch. Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Wow, nice. Mach 2. Nein. Das wär wieder mal zu heftig gewesen, ey. Aber mit meiner Multitool hab ich keine Chance. Gegen das Mida hab ich keine Chance. Die sind überall. Boah, was hat der? Ja, der hat auch die geile Waffe. Oh, ich hab dich gegenseitig gekillt. Jetzt ballern wir mal wieder einen raus. Haha. I'm so sorry. Ah, daneben geschossen. Geschossen. Geschmuggelt. Ich hab' gebacken. 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 Kürtel das ist jetzt hier nicht so ja ach man das ist doch Ah, sowas hasse ich nicht. Sowas hasse ich wirklich. Ich warte jetzt hier und dann baller ich die raus aus dem Ding. Das tut mir echt leid für die Camperei. Ja, da hat sich schon wieder gedreht, das Pendel. Das meine ich nämlich. Ich zieh davon. Nehmen wir B ein. Nehmen wir es ein. Das war sowas von doof. Was? Jetzt hätten 3 werden können. Okay, wie schlecht, man. Da hätte ich jetzt, wenn ich da jetzt reagiert hätte. Ein bisschen cooler reagiert hätte. Ja. Goldene Kanone eingesetzt. Boah. Boah. Man kann auch einfach OP sein. Da kommt er, wo kommt er? Geht da rein. Oh, er geht da rein. Ja, ich habe ihn abgelenkt. Zumindest habe ich ihn abgelenkt. Oh Mann, wir könnten jetzt... Sorry, das ist voll gemein. Ja, ich war in 3 Gegnern. Oh Mann, ich habe ihn abgelenkt. Oh Mann, ich habe ihn abgelenkt. Ja Mann. Komm, komm, komm. Okay, so was von down. Was ich kann, hatten könnte, komm. Ich weiß gar nicht. Ach, Mist. Wo ist er, das ist unsere. Ich nehm mal A ein, freimlich und allein. Nee. Wenn ich nicht festhängen würde, jetzt. Zone B verloren. Der Gegner hat ein Powerplay. Die kill natürlich dann ohne Ende, wenn sie Powerplay haben. Wie immer nicht. Zone A erobert. Es ist erst vorbei, wenn Shax singt. Und er ist sehr schüchtern. Mein Gott. Ah. Dumm. Kanade wieder finden. Nicht verbraucht, ey. Da finde ich Zone A, ey. Ah, ich wusste es. Ja, jetzt glaub das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, ich glaub das ist verlorenes Match. Vor allem wenn man jetzt schon im Spawn gekillt wird, dann rennen die hier einfach wie sie wollen. Zone C verloren. Dein Gegner hat ein Powerplay. Hat er das? Zone A erobert. Ah, mein Gott. So macht's da wirklich keinen Spaß. Wär cool, wenn mal jemand hätte zum zocken. Aber leider nicht 60. Ja, was? Das hätte besser laufen können. Ja, schön. Aber es hätte auch, äh, noch viel besser laufen können. Beistück mal. Weg hier. Heute war jetzt Licht. Schauen wir mal, was wir noch bekommen haben. Da, da, da. Letzte Verdammnis. Letzte Verdammnis. 2,65. 2,69. Ja, das ist aber eher so ein Dings, ne? Das ist ja eher wieder so... Hm. Ich würd gern das Automatik gehen. Kann man das noch poweren hier? Ja, leider nicht, ey. Das nervt mich ein bisschen. Das nervt mich ein bisschen. 2,69. 2,50. Paar. Ja, sonst gibt's nichts wirklich. Läuft sich's nochmal zu dem Typ zu gehen. Ja, der Waffenmeister hat es geklappt mit dem Sachen sammeln wahrscheinlich. Ein Apfelessen und du kannst den Arzt vergessen. Aber nur Äpfel essen? Ich glaube, das würde nicht reichen. Aber der Apfel, der hat es in sich. Der Apfel hat viele Vitamine, unglaublich viel Wasser. Er bindet sogar im Magen die Magensäure und schafft Volumen. Dadurch hat man dann auf einmal gar nicht so viel Hunger. Und er beruhigt sogar die Magenschleimhaut. Oh, die Fresse, Mann. Ach, komm schon. Ich wollte dich noch melden. Ich muss die technischen Daten nehmen, bevor ich die Schleimhaut ausfüllen kann. Oh. Ich bin aufverschmissen. Danke, Mann. Zehn Stück sogar. Jawoll. PENTATONIC. Alles kommt zusammen, oder nicht? Vielleicht sehen euch das auch. Gut, 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 sag ich da nur. Gut, gut. Untertitelung des ZDF, 2020